Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video zusätzlich zu den normalen Videos. Ich habe nämlich eine Frage bekommen, die ich unbedingt jetzt heute mal beantworten wollte in einem separaten Video. Nämlich die Frage kam von CCDD. Hast du vor ein Abonnententreffen zu veranstalten und darunter hat kommentiert Photoshop for Live. Klasse Idee, würde ich mir auch wünschen. Ja, ich würde sagen, ich beanstalte mal ein Abo-Treffen, aber wann das genau ist, weiß ich noch nicht. Dazu muss auch erstmal feststehen, wie viele von euch da überhaupt kommen würden, wenn sowas interessieren würde. Da würde ich nämlich daraus mein 1000 Abonnenten-Special basteln. Und ja, wenn da genügend Leute kommen würden, würde ich auch gleichzeitig da noch die damals angekündigte Verlosung starten. Also die würde ich dann vor Ort machen, mit natürlich Kameraaufnahme und so, wenn das so okay wäre. Und ja, ich möchte aber noch nicht genau verraten, was es ist. Ich sage es aber jetzt schon so viel, es hat nichts mit Digimon zu tun. Also es ist jetzt kein Digimon-Merchandise oder so. Auch kein von mir erstelltes T-Shirt oder so. Es hat was mit Pokémon zu tun, weil ich das nun mal zusätzlich jetzt hier parat habe. Und dadurch für mich keine Extrakosten entstehen würden und so. Und zu dem Abonnententreffen, ja. Wenn genügend Leute von euch darauf Lust hätten, das müsst ihr natürlich jetzt dann unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, wird es auch auf jeden Fall stattfinden in naher Zukunft. Und ja. Genaueres diesbezüglich wird es natürlich nochmal dann, sobald es feststeht, wie viele kommen würden, geben. Und ja, natürlich Anreise und so übernehme ich keine Kosten. Das ist natürlich selbstverständlich. Und ja, das würde dann bei mir in meiner Heimatstadt, also Coburg, stattfinden. Und ja, schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wer da kommen würde, wen es interessieren würde, sagt ihr gleich, nee, lass mal, mach lieber nicht. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ach ja, und ich streame am Freitag jetzt wieder um 20 Uhr für die Leute, die es nicht auf dem Schirm haben. Ich streame jeden Freitag um 20 Uhr auf Twitch, auf twitch.com slash, oder nee, twitch.tv slash digeritter.tv. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da einige von euch einschalten würden. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, digeritter.tv lebt seinen Traum. Also, haut rein. Ciao, ciao.